Liebe Freunde der Flussmark, ich grüße euch. Heute geht es darum, dass ich ein krasses Gegenargument gegen fließendes Geld bekommen habe, als ich mal einen Börsenmenschen, der damit Geld verdient, sein tägliches Brot damit verdient, ihm das Konzept des fließenden Geldes erklärt habe. Und da hat er gemeint, ja dann ist doch fließendes Geld Sozialismus. Da war ich erstmal ziemlich geflasht, wie man ein Geldsystem mit einem Staatssystem, mit einer Ideologie gleichsetzen kann, vergleichen kann. So, aber im Prinzip, was steckt dahinter hinter dem Gedanken? Ich kann mir eigentlich nur erklären, ich konnte mit ihm nicht darauf antworten, weil ich war so, okay, wie kommt er da auf? Okay, der Sozialismus hat in meiner Überlegung, wenn ich drüber nachdenke, halt das positive Ziel, wie ich schon mal im letzten Video gesagt habe, dass alle Menschen ein gutes Leben haben sollen und dass die einfache Bevölkerung halt genug Geld haben wird und keine Geldsorgen mehr haben darf oder sollte. Ja? So. Und zwar kam es halt, geht es glaube ich genau darum, dass wenn die kleinen Menschen halt genug Geld haben, viel Geld haben, dass das Sozialismus wäre. Und da sage ich mir so, ja das ist aber der positive Aspekt des Sozialismus, oder? Nicht das negative, dass der Staat immer weiter einschränkt. So. Ähm. Genau. Wie sind wir darauf gekommen? Und zwar hatte ich ihm das so erklärt und dann kam so drauf, okay, wenn man Geld hat, ist eben diese 1% immer weg und deswegen sucht das Geld nach Kreditnehmern und dann wird der Kreditzins bei 0% liegen. So. Und die Menschen geben halt alles aus und die reichen auch. Also du kannst mit Geld nicht mehr Geld verdienen. Und dann ist das schon mal antikapitalistisch, ne? Weil Kapital ist ja, dass du mit Geld Geld verdienen kannst, indem du das investierst. So. Und jetzt machen es die Menschen untereinander, die geben sich die Kredite für 0% auch noch. So ein Scheiß. Und da hat er eben so drüber nachgedacht und gesehen, okay, die Leute geben dann ihr Geld möglichst aus. Oder die 0% Kredite, wie gesagt, oder verspenden das sogar, damit es einfach weg ist. Es ist ja eine Steuer, die man vermeiden kann. Das ist auch sehr interessant. Ähm. Und das Geld wird sehr nah an der Bevölkerung bleiben, an der Basis. Und es wird leicht sein, es zu erarbeiten. Und ich weiß nicht. Alles ist doch gut, oder? Die persönliche Freiheit wird nicht eingeschränkt durch das Geld. Es wird einfach nur gesagt, hey, komm, das Geldsystem, ja, das fließende Geld, ist nur noch zum Tauschen da. Es gibt keine Wertaufbewahrungsfunktion mehr, wie es der Kapitalismus im Prinzip vorschreibt an das Geldsystem, ja? Und über diese Wertaufbewahrungsfunktion musst du dir selber den Kopf machen. Entweder du baust dir ein Haus, hast dadurch eine geringere Miete, ja? Also fast gar keine mehr. Oder du investierst in eine Solaranlage, dann ist auch alles gut. Oder du kaufst dir Gold, wenn es dir Freude macht, ja? Der Goldpreis wird steigen, aber die anderen Preise im Markt eigentlich nicht. Ja. Was noch? Du kannst ein Unternehmen gründen, du kannst dich an Unternehmen beteiligen, aber wahrscheinlich wird es nicht mal genug Kreditnehmer geben, die bereit sind, oh, ich nehme Kredit, weil ich muss irgendwas machen, ja? Und ich habe momentan das Geld nicht. Ich glaube, dass dieser Markt wird ja ziemlich leer sein. Deswegen eben auch diese 0% Kredite. Ich habe vergessen zu sagen beim Euro die Wertaufbewahrungsfunktion. Wie sieht die denn heute aus? Verliert nicht durch Inflation der Euro ständig seinen Wert? Ich habe irgendwie gehört, dass es 50% verloren hat seit der Euro-Einführung. Ne. Nach der Euro-Einführung ist ja sofort verloren der Wert. Da war doch die D-Mark, 2 D-Mark zu einen Euro umgetauscht und kurze Zeit später haben wir die gleichen Produktpreise wieder gehabt, nur eben ein halbes Gehalt. Nicht wahr? Also die Inflation ist krass. Wir verlieren immer wieder den Wert. Also wer heute sein Geld anlegt unter ein Kopfkissen oder auf ein Konto, der braucht sich nicht wundern, wenn er dann immer weniger kaufen kann damit. Also bringt halt nicht viel. Entweder ausgeben, also am besten ist halt das Geldsystem zu ändern. Diese Wertaufbewahrungsfunktion, die ist nur ein Schein. Diese Inflation, die sieht man nicht. Aber die hat eigentlich genau die gleiche Wirkung wie fließendes Geld. Ist halt ein bisschen schwächer. 2% Inflation ist ja immer angezählt von der EZB jedes Jahr. Ja, 2%. Und ich sage, Flussmark hätte fast 12%, okay, ist mehr. Und Ludwig Garth geht von einem halben Prozent aus. Fließendes Geld würde reichen. Das sind 6% pro Jahr. Das ist nicht viel mehr als 2% Inflation. Nicht wahr? Aber man hat keine Zinsen mehr. Und man hat keine Sorgen mehr ums Geld. Gut, das soll es gewesen sein. Weiter gucken. Ja, die einzigen, die nicht so viel Freude dran haben werden, sind halt die Reichsten. Aber das sind auch die unglücklichsten Menschen, die sich um Geld streiten. David Rockefeller zum Beispiel hat ja vor 100 Jahren mit der Titanic seine Konkurrenz eingeladen und versenkt. Seine Konkurrenz wegen des Geldes. Krass, oder? Ja. Also, was ist das Negative daran? Ich kapiere es eigentlich nicht. Er hat es ja negativ gemeint. Er profitiert ja vom Kapitalismus, von der Börse. Wie hat er es gemeint? Also, ich sehe da keine zwangsläufige Staatsdiktatur. Wofür? Es fließt ja. Ganz natürlicher Prozess. Ist ja auch so wie der Apfel. Der wächst am Baum. Lass das Geld auch am Baum wachsen. Also, bleiben wir erstmal beim Apfel. Der Apfel wächst einfach am Baum. Neu geschöpft. Dann pflückst du ihn und lagerst ihn in den Keller ein. Dann gehst du nach einem Jahr hin und was bleibt übrig? Was wird nach einem Jahr in deinem Keller sein? Nur Matsch. Kein einziger Apfel. Aber du könntest daraus Apfelsaft machen und dann in Flaschen ablagern. Wir haben in unserem Haus, was wir für 3.000 Euro gekauft hatten vor fünf Jahren, da haben wir eine Apfelsaftflasche im Keller gefunden. Die war 40 Jahre alt. Die hat wunderbar geschmeckt. Aber weißt du, du kannst nicht reich damit werden. Du kannst nicht den Apfelsaft einlagern und sagen, ich möchte aber fünf Prozent wieder haben. Also, ich gebe dir den Apfelsaft, wenn du ihn verkaufen möchtest. Aber ich möchte dann 105 Flaschen Apfelsaft wieder haben. Und wenn, dann interessiert es eigentlich auch niemanden. So, das ist dieses natürliche, der natürliche Kreislauf. Nichts hält für ewig. Außer Holzhäuser. Die halten 500 Jahre und länger. Ja. Nichts hält für ewig. Und warum unser Geld? Lass uns... Die Natur ist ja schlau. Die Evolution und so weiter. Evolutionstheorie. Ist auch schlau. Das Naturprinzip des Vergehens. Warum unser Geld nicht? Also, unser Geld vergeht auch. Wird halt ein Prozent im Monat vernichtet. Im Jahr sind es dann unter 12 Prozent. Ja. Was soll's. Wenn du das Geld selber anlegst oder sparst und dann unser Kopfkissen legst, dann bist du es selber schuld. Und das wird auch kein Mensch tun. Ja. Es wird halt andere Wege geben. Oder... Ja. So viel Marktsättigung, dass jeder im Wohlstand lebt. Und da weiß ich nicht, warum es so schwer sein soll, äh... Alte Menschen... Zu versorgen. Unbegabte Menschen zu versorgen. Oder überflüssige Menschen zu versorgen. Oder die Kinder zu versorgen. Was ist denn daran schwer? Das bisschen, was die essen? Ich versteh's nicht. Ja. Wo da die Angst immer ist. Heute die zu versorgen ist schwierig, ja. Das versteh ich. Gut. So viel dazu, dass fließendes Geld Sozialismus sein soll. Das Positive, ja. Da stimme ich ein. Aber das Negative vom Sozialismus sehe ich nicht. Gut. Wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. Wollt ihr auch ein menschenwürdiges Geld einführen und damit die Welt verbessern? Besucht flussmarkt.de. Geht direkt zum Online Banking und registriert euch hier. Wir machen das mal schnell für Max Mustermann. Und die Postleitzahl ist dafür da, damit wir wissen, wo die meisten Freunde der Flussmarkt sind. Und wenn da viele sind, dann können wir den Einzelhandel ansprechen und sagen, hey, wollt ihr auch die Flussmarkt akzeptieren? Dadurch wird die Welt besser. Dadurch wird die Welt besser. So, dann suchen wir uns ein Passwort aus und registrieren uns. So, das war erfolgreich. Jetzt eröffnen wir ein neues Konto. Nennen es Privatkonto und wählen hier unten Menschenkonto aus, um dann bedingungsloses Grundeinkommen zu empfangen. So, das registrieren wir. Und da ist es. Dann gehen wir auf Überweisung und wählen ein zufälliges Konto aus. Das ist zufälligerweise auch gleich Ludwig Garz. Seine Videos auf YouTube sind sehr interessant. Dann schaut euch die an. Hier wählen wir einen schönen Verwendungszweck und wünschen Ihnen ein schönes neues Jahr. Überweisen. Fertig. Das ist der Überweisungsbericht. Jetzt haben wir minus eine Flussmarkt. Das geht nur, weil die Flussmarkt noch nicht offiziell gestartet ist. Wenn sie dann Euro gedeckt ist und offiziell gestartet, dann könnt ihr nicht mehr so einfach ins Minus gehen. Gut, dann lasst uns ein menschenwürdiges Geld einführen. Und die Welt verbessern. Seid Teil davon.